Hallo zusammen, hier ist 80 und wir spielen heute wieder eine Runde Warhammer 40k Rogue Trader. In der letzten Folge sind wir auf Ricard Minoris gelandet, weil da alle unsere Quests noch offen sind. Wir sollen eine Crew besorgen, wir sollen glaube ich einen Tech Priester besorgen und wir sollen natürlich auch rausfinden, was mit dem Inquisitor hier geschehen ist. Wir sind auf Ricard Minoris gelandet, haben gemerkt, da ist hier gerade so eine Art Rebellion im Gange und die Rebellen, die captchern anscheinend die Zivilisten und scheinen denen die Augen auszubrennen und die irgendwie auch zu indoktrinieren, sodass sie jetzt hier teilweise rumlaufen. Es gibt also mit anderen Worten sehr viel zu tun. Ich mache mich jetzt erstmal auf und erkunde hier ein bisschen die Gegend. Wir halten uns in alter Rollenspielmanier immer links. Das sind Bösewichter hier alles, nehme ich an. Rot heißt schlecht, der tritt das Geschütz. Das ist gut. Wenn kein Tech Priester da ist, dann muss man sich eben auf Altbewährtes verlassen können. So, mal sehen. Bereite dich dich auf die Schlacht vor. Es geht direkt los mit... Oh, das ist aber Rebellen, Rebellen. Das sind alles Rebellen. Also alles Feinde. Es ist jetzt nicht so, dass die sich gegenseitig bekämpfen würden, sondern die gehen alle auf mich. Ui. Okay. Habe ich nicht letztes Mal irgendeine Fähigkeit genommen beim Leveln, die mir einen freien Zug irgendwie am Anfang geben sollte? Ich meine, mich irgendwie an so etwas erinnern zu können, aber vielleicht irre ich mich auch. So. Abelad geht gleich fett rein. Auf jeden Fall. Edira hält sich ein bisschen zurück und geht mal ein bisschen in Deckung. Aber nicht hier, sondern hier. Oder? Ich bin deswegen ein bisschen am rumrätseln, weil ich ja Hecata und Agenta gerne nebeneinander positionieren würde, damit die ihre maximalen Boni bekommen. Ich glaube, die beiden kommen hier hin. Ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig hinsichtlich eventueller Granaten oder so. Aber gut, das ist halt so. Edira könnte natürlich super, wenn die hier irgendwie relativ weit vorne wäre, könnte die super hier so einen Blitzschlag reinjagen. Das wäre richtig gut. Aber hier sind ja auch Feinde. Das ist ja auch blöd. Ich packe die mal hier hin. Schön ins Eck. So, wen haben wir hier noch? 80 und Kassia. Kassia hat auch so einen Kegelangriff. Wäre auch super, wenn die relativ weit vorne wäre. Aber das geht nicht. Ich packe die trotzdem mal irgendwie hier hin, in der Hoffnung, dass sie es einfach überlebt. Ist nicht so clever. Gebe ich gerne zu. So 80 kann aber hier in die Voll. Warum geht der nicht in die Knie? Der ist doch Volldeckung hier. Zumindestens, ja, keine Ahnung. So, ich glaube, ich habe sie alle einigermaßen verteilt. Und Idira ist auch sofort dran. Ist er nicht? 80 ist dran. Als erstes. Ich hätte irgendwie jetzt das übersehen, dass 80 vielleicht dran wäre. So, jetzt müssen wir ein bisschen clever agieren. Das ist ja, wie ihr wisst, meine große Schwäche. Aber so ist es halt. Los, los, Bewegung. Die sind alle relativ, oh, der ist relativ stark. Erstmal muss Stimme des Kommandos auf Abelad, damit der einigermaßen zurechtkommt. Ach so, ich hatte, das habe ich jetzt wieder nicht bemerkt. Ich glaube, das ist diese Zusatzrunde, die ich gerade bekomme von 80. Da hat er nur zwei Aktionspunkte. Das war jetzt zugegebenermaßen vielleicht ein bisschen dämlich. Vielleicht aber auch nicht, weil ich Abelad dann direkt sagen kann, Bewege dich schon mal. Auch das müssten ja Zusatzzüge sein, die Kassia irgendwelche Boni geben. Ja, kann man auch schon sehen. Da sind Stacks hochgezählt worden. So, und Abelad kann eigentlich schon mal schön hier reinrennen. Okay, war nicht so, wie ich es mir richtig vorgestellt hatte, aber so ist es jetzt halt. So, 80 ist fertig. Okay, die Ungerechten sind gekommen, um uns alles zu nehmen, was wir haben. Lasst uns zusammenstehen, meine Brüder. Oh, der hat sich schon die Leute gegenseitig kaputt geklöppelt. Das finde ich gut. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Die braucht auf jeden Fall oder muss auf jeden Fall diesen Blitzschlag zaubern. Da hat sie aber nicht so eine große Reichweite. Das heißt, sie muss auf jeden Fall auch bis hierhin schon mal laufen. Und da müssen wir mal gucken. Das würde richtig gut funktionieren. Das heißt, das macht sie auf jeden Fall schon mal. Dann hat sie vier Aktionspunkte und könnte dann noch hergehen und sagen, gib doch mal hier plus 14 Zähigkeit, weil ich das Gefühl, es reicht nicht von dem Laufen her. Würde es? Nee, dann lasse ich das. Es reicht auch nicht. Ah, wie doof. Wie doof. Dann bekommt Kassia das. Auch die Zähigkeit. Denn die scheint gleich Schuppe zu bekommen. Da braucht sie mehr Wunden. So, und dann macht sie einfach nur noch, obwohl sie könnte auch noch hergehen und hier Feinde analysieren. Auf ihn hier hinten, der ja sowieso etwas stärker ist. Zack. So, und dann gibt es hier den Blitzschlag. Und zwar, kann man das irgendwie intelligenter machen? Nee, es sind immer nur maximal vier Leute. Okay, ist halt so. Gib ihm. Zack, schön. Sehr schön. Das ist gut gelaufen. Idira, äh Quatsch, Kassia ist dran. Kassia hat ja diesen Kegelangriff, den sie jetzt wahrscheinlich aber nicht mehr so machen kann, dass es irgendwie besonders sinnvoll ist. Oder, was hat das denn für eine Reichweite, der Kegelangriff? Das war, glaube ich, das Liedlose Starren. Oh, doch, das hat ja eine Riesenreichweite. Ui. Ui. Hm, das habe ich so nicht gedacht. Wenn sie jetzt hier hinläuft, dann ist sie ja mitten im Kreuzfeuer von denen. Und die sterben alle nicht durch das Liedlose Starren. Ähm, sie bräuchte dafür vier, ähm, vier, zwei Aktionspunkte. Das heißt, sie kann eigentlich jemandem noch mal hier was geben. Das machen wir mal. Also, wenn sie da hinläuft, 8 AP, die hat sie. Das kann sie eigentlich schon mal machen. So. Das ist eigentlich, wenn ich jetzt sage, bring es zu Ende. Das kostet, da hat jemand dann Zusatzzug mit ganz vielen Aktionspunkten. Wenn ich das jetzt 80 gebe, und 80 gibt es jemand anderem, zählt das alles jedenfalls als Zusatzzug. Und bei ihr stackt hier die ganze Zeit schön die Willenskraft war es, glaube ich, hoch. Ich weiß nicht. Aber wir machen jetzt erst mal das hier und geben das an Agenta. Nee. Das ist ja, ach, ich habe das vorher gewusst, ey. Nee, dass die Reichweite so kurz ist. Ach nee, wie doof. Wie viele Bewegungspunkte hat sie noch? Einen. Sie kann noch mal einen nach rechts gehen. Dann könnte sie es zumindest auf Hecata machen. Wird das denn noch reichen? Ja. Dann geht sie einen nach rechts noch mal zurück. Ja, man sollte sich vor vielleicht komplett alles überlegen, was man so machen will. So, Hecata kann nämlich jetzt hergehen und den kontrollierten Schuss braucht sie nicht. Sie haut einfach mal einen raus. Oder wenn sie hier oben hinschießt, wäre der kontrollierte Schuss gar nicht so blöd. Kann sie aber eh nicht machen. Sie hat dafür nicht genug AP. Also macht sie doch ganz normalen Schuss hier so hin. Mit ihrem Lasergewehr. Naja, da haben wir jemanden erwischt. Ja, doch. Oh, der ist, den hat es richtig übel zerlegt. Sehr schön. Fertig. So, jetzt kommt das Liedlose Starren. Das Liedlose Starren. Aber Teub sind die auch noch sehr gut. Das sollte ja eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, ist das eine Psionikerkraft in dem Sinne und wird dadurch dann der Schleier weiter zerrissen. Wir gucken mal hier unten drauf. Boom. Schön. Nein. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, so richtig. Wir gucken mal hier unten drauf. Clever 80. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Muss ich das nächste Mal darauf achten. So, sie ist aber fertig. Läuft doch gar nicht bis jetzt. Toi, toi, toi. Gar nichts. Aua. Gar nicht so schlecht, wollte ich gerade sagen. Oder ist gut, dass der nicht dran kommt. So, das dürfte... Ach, Hekata sein. So, Hekata. Wenn sie jetzt theoretisch hierhin feuert, erwischt sie richtig schön viele. Okay, das machen wir. Wir machen aber erst natürlich kontrollierter Schuss. Was war das nochmal? Regimentstaktiken. 30. Der Kommander führt allen Feinden, die sich in der Nähe des Kommanders oder seiner Verbündeten oder seiner Verbündeten Ja gut, dann machen wir das doch mal. Hält das jetzt auch? Jetzt ist meine Frage. Die beiden sind ja in der Nähe von Abelard. Macht sie jetzt mehr Schaden, weil die in der Nähe sind oder gilt das nur für den jeweiligen Charakter, der gerade dran ist? Wir werden es irgendwie sehen. So, kontrollierter Schuss, damit ich Abelard nicht treffe. Und dann so richtig schön... So. Und ab dafür. Ein, zwei... Ah, naja, es ging so. War okay. War okay. Hekata ist fertig. Abelard ist dran. Abelard könnte jetzt mal auf sein Hämmerchen wechseln und mit seinem Hämmerchen könnte er zwei Leute treffen. Oder er geht hier hin, würde aber dann vermutlich hier so einen Gelegenheitsangriff bekommen von dem Kollegen. Deswegen lassen wir das mal einfach. Er wechselt jetzt auf seinen Hammer. Dafür hat er den ja. Und da hatte er doch so eine Art Rundumschlag, ganz genau, wo er da beide mit treffen kann. Vorher machen wir noch schön... Vorher machen wir noch schön... Das kostet zwei. Stoßen brauchen wir nicht. Das würde... Ja, wenn ich vorher noch einmal ertragen machen. Zack. Und dann machen wir noch den rücksichtslosen Hieb. So. Und dann gib ihm Gipschub. Zack. Ja. Da hat er auch hier seinen Helden seinen Heldentat freigeschaltet mit. Da kommt eine Granate oder irgendwas. Rauchgranate. Ja gut, da gibt es Schlimmeres würde ich sagen. Ach, das war mal nix. Der ist eigentlich recht, hat recht viele Wunden. Aber Aidyra wird das gleich regeln, denke ich. Oder Agenta wird es regeln. Mal gucken. So, stört uns die Rauchgranate wohl dabei dahin zu schießen? Erstens. Das war die erste Frage. Und zweitens. Macht es Sinn überhaupt, dass sie da weiter geht? Oder können sie einfach so machen? Sie können auch einfach so machen. So, alles klar. Gar keine Frage. Sie macht erstmal hier Achtung, Achtung. Ich schieße. Geht in Deckung, liebe Leute. Und gebe ihm. Volta Action. Zack. Da. Da einen erwischt und der ist auch zumindest beschädigt. Okay. Ist okay. 80 ist dran. 80. Kann Kassia, ich habe es jetzt gerade nicht am Schirm. Kassia kann die leadlose Starren in jeder Runde machen. Weiß ich gerade nicht. Könnte man aber ja mal ausprobieren. Versuchen wir es mal. Machen wir. Geben wir erstmal Los, Los, Bewegung. Dann könnte sie sich in Position bringen, um die drei hier durch ihr leadlose Starren zu weit entfernt. Liebte. Okay, dann gehen wir mal hier hin und sagen Los, Los, Bewegung. So. Kassia bewegt sich. Sagen wir mal hier hin. HCW ist nochmal Deckung. Jetzt hätte ich mal gucken können hier. Abklingzeit. Eine Runde. Ich glaube fast nicht, dass es geht. Aber probieren wir jetzt einfach mal aus. So, jetzt sagt er, bring es zu Ende. Geht natürlich wieder nicht. Er rennt erstmal hier hin und sagt dann, bring es zu Ende. Keine Sichtlinie zum Ziel. Ah ne. Dann geht er, weiß ich nicht, vielleicht hier hin. Würde das reichen. Mensch. Vielleicht brauche ich doch dieses Talent, was mir eine höhere Reichweite gibt. Ist vielleicht doch, nee, ist vielleicht doch irgendwie sinnvoll jetzt am Ende des Tages. Keine Sichtlinie zum Ziel. Ja, ich könnte hier hinlaufen, aber dann stehe ich direkt neben dem Minuteman hier. Auch nicht so cool, oder? Ah komm, ist egal. Geht das denn jetzt dann? Hä? Keine Sichtlinie? Kann ich da nicht ums Eck gucken? Ist das irgendwie jetzt ein komischer Bug, oder? Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt doch mal hier hin. Ne. Jetzt ist es zu weit entfernt, das Ziel. Ich habe aber jetzt auch keinen Bewegungspunkt mehr. Alles klar. Ja, das ist jetzt, habe ich jetzt ganz clever gemacht. Naja gut. Kassia bekommt trotzdem hier noch den Buff, falls sie da irgendwie Aua Aua hat. Und jetzt kann ich eigentlich ja nur noch einen Dead Eye Shot machen. Oh, da könnte ich den direkt mit umhauen. Das wäre natürlich auch eigentlich total nett. Abelard, der Oh, ich kann sogar den da hinten treffen. Ah, ich nach den hier. Und gebe ihn. Boah, 36. Und da hinten noch einen getroffen. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Das kann natürlich auch übel in die Hose gehen. Also, Notiz an mich selbst. Darauf achten, wo man hinfeuert mit dem Scharfschützengewehr. Das war ja voll cool jetzt. Ja, kommen alle schön ran zum Abelard. Der ist der Mann fürs Grobe. Das halte ich für eine gute Idee, da ran zu gehen. Komm, du auch nach ran. Ne. Der weiß, der kennt aber seine Reichweite. Der ist schön nach vorne gelaufen, hat irgendwas gemacht und dann wieder nach hinten gelaufen. Der weiß Bescheid. Der Kollege. So, Feind analysieren. Machen wir auf ihn hier. Und dann hauen wir ihm gleich zum Psycho-Schrei um die Ecke. Um die Ohren meine ich. Nicht um die Ecke. Wir bringen ihn um die Ecke mit dem Psycho-Schrei. Ne, nicht ganz. Aber fünf Wunden hat er nur noch. So, Kassia. Kassia kann jetzt auch wieder ihre leadlose Starre machen. So, wir achten jetzt wirklich hier drauf. Zerfall der Schleiß steht auf vier. Jetzt müssen wir es aber so machen, genau, dass Abelard nicht getroffen wird. So, auf vier stand es. Und da hat sich nichts getan, oder? Ne, steht immer noch auf vier. Cool. Boah, das sieht schon richtig übel aus, ne, wenn die das macht. Ganz schön krass. Ach, und sie kann auch noch sagen, bring es zu Ende. Genau, das machen wir jetzt auf Abelard, der mit einem Ansturm den da hinten kaputt macht. Soweit der Plan. Wenn er den sehen kann, durch den Rauch, kann er, kein Problem. Und geht ihm, bumm, mit der Keule ein, verpasst. Ja, das läuft aber. So, Kassia kann nichts mehr machen. Ach ja, den gibt es auch noch hier. Ja gut, der hat nicht mehr viel. Ja, tut aber trotzdem weh, wenn er zuschlägt. Hekata, Hekata macht ihn da oben weg. Geht das, ohne dass jemanden trifft von uns? Jawohl. Gib ihm. Jawohl, erster Schuss direkt. Schönes Ding. Und Abelard revanchiert sich und macht den da weg. Macht er nicht. Macht er jetzt. Und gib ihm mit der Keule. Boff. So, das war's. Köpfe machen schon Spaß irgendwie. Vielleicht ist der Schwierigkeitsgrad doch ein Ticken zu leicht. Ich spiele als Erinnerung auf normal. Und ja, ist tatsächlich okay. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt der überragende Taktiker bin. Das bin ich definitiv nicht. Da tue ich mich teilweise extrem schwer. Von daher kann es gut sein, also wenn ihr das Spiel spielt, macht ihr vielleicht, wenn ihr, ich sag mal, gerne Kämpfe habt, dann macht ihr vielleicht einfach mal die Schwierigkeit ein bisschen höher. Eine Laserpistole interessiert mich eigentlich nicht. Und ich glaube auch, die können grundsätzlich demnächst zur Fracht hinzugefügt werden. Die Stiefel allerdings, da müssen wir mal eben gucken. Aber bevor wir das tun, looten wir erstmal. Kann man hier runtergehen? Treppe? Kann man so eine Leiter eigentlich? Treppe. Leiter. Kann man eine Leiter irgendeiner Art und Weise erklimmen? Ja, kann man. Ach, guck mal. Und da gibt es auch was zu entdecken. Schön. Fracht. Na ja, gut. Ist ja auch nicht so schlecht. Finde ich eigentlich ganz cool. Sogar dieses Frachtsystem und dieses Handelssystem gefällt mir eigentlich ganz gut. Hab mir bei anderen ähnlichen Spielen hab mich dann schon teilweise gewundert, dass ich ein ganzes Königreich zur Verfügung habe, aber kein Geld hab für ein Schwert so ungefähr. Was ist das denn? Ein großes Medikit. Okay. Das ist nochmal was anderes. So, wir gucken mal eben nach den Stiefeln, die wir gerade bekommen haben. Die geben. Immer wenn der Träger einem Feind Schaden verursacht, hat der Träger eine Chance von 25 Prozent auf zwei Bewegungspunkte. Da doch der meistens der Angriff doch sowieso in die letzte Aktion ist, oder? Ja gut. Gebe ich, glaube ich, wenn Abelard noch nichts hat, ihm, dann kann er sich schon mal direkt nach so einem Schlag neu positionieren vielleicht und mehr Gegner binden. Oder? Würde ich sagen. So, kann man eigentlich auch mehr Medikits? Nein, kann man nicht. Ein großes Medikit kann er benutzen und ich glaube, Agenta kriegt die das erst mal. Wie sieht es denn hier aus? Können die? Ja, sie kann auch ein Medikit benutzen. Kriegt sie auch mal direkt verpasst. Sie nicht. Edira nicht. Ich hatte ja mal irgendwann die Frage bei Edira, ob sie durch dieses Bio-Psyonica-Kram dadurch irgendwie Medikits benutzen kann. Die Frage ist beantwortet. So, ich mache mal eine Schnellspeicherung, denn da bin ich jetzt ein bisschen klüger geworden, was das angeht. So, da ist eine Falle. Ich finde es gut, dass es sofort... Oh, da ist nicht nur eine Falle. So. Das Geschütz wurde in großer Eile platziert, doch der Technomat kam nie dazu, es zu aktivieren. Hier sind jede Menge Fallen. So, hier sind aber nicht... Also bisher bei den Fallen, die ich bisher gesehen habe, gab es immer so eine Art Auslöser, bei dem man deaktivieren konnte. Sehe ich jetzt hier nicht. Ich klicke jetzt einfach mal drauf, in der Hoffnung, dass die nicht einfach da reinrennen und das dann quasi auf die Art und Weise entschärfen. Ich habe ja gerade abgespeichert. Ich nehme mir das Recht heraus, den Spielstand neu zu laden, weil ich nicht weiß, wie wir mitfallen. Aber nein, sie geht irgendwie dahin aus irgendwelchen Gründen und macht es von da. Alles klar. Ist das eigentlich Erfahrungspunkt oder so? Steht auch kein Prozentwert oder so dabei. Es passiert dann einfach wohl. Okay. Na dann. Die Aufständischen gingen im Pulk direkt über die Minenbarrieren, anscheinend ohne jede Angst vor dem Tod. Ja, wie gesagt, die sind ja auch irgendwie... Oh, Zwischensequenz. Fanatisch, wollte ich noch sagen. Da kommen Leute. Die sehen aber uniformiert aus. Oh, und der sieht aus wie ein... So stelle ich mir einen Techpriester vor. Veränderung kommt. Der Rand ist nahe. Die Blinden sind harmlos. Es ist sinnlos, sie zu beschießen und Aufmerksamkeit zu erregen. Oh. Ja. Mehr oder weniger harmlos. Ich gehe jede Wette ein. Der Typ da unten, das ist mein Techpriester. Wer Wissen sucht, möge es finden. Und seine Feinde mögen irgendwas. Weiß ich nicht. Was macht er da? Rückzug. Jetzt geht die Maschine an. Wenden wir. Ist ja schließlich ein Techpriester. Der hat explodiert. Alles klar. Und die Brücke ist kaputt. Ja, jetzt ist der Tech... Oh. Ich hoffe, der ist... Ah, nee. Da steht er auf. Möge das Wissen euer Schicksal sein, auf das der Zyklus nicht fortgesetzt werde. Das sind ja alles markige Sprüche, die mir aber überhaupt gar nichts wirklich sagen. Da ist er. Pascal. Der rot gekleidete Mann hätte eine Explosion wie diese nicht überleben dürfen. Dennoch lebt er. Du hörst das Keuchen des Atemgeräts, das eine Hälfte seines Gesichtes bedeckt. Okay. Aus den Falten des teilweise noch glimmenden roten Gewands ertönt ein Triller. Binärisch. Nee, binärisch. Die heilige Sprache des Adeptus Mechanicus. Die binäre Hymne verwandelt sich in eine Vox-synthetisierte Stimme, die wie Donner über einer riesigen Ebene klingt. Keinen Schritt weiter. Als er seine hagere Hand hebt, um dich aufzuhalten, heult dein Vox vor Schmerz auf und deine Maschinenausrüstung beginnt zu knistern. Die gleißende Energieaxt des Techpriesters erzeugt eine Wolke rechtschaffender Funken während sein Visor bedrohlich blau und grün erstrahlt. Flieht, denn ich bin der Tod. Beim Thron. Woraus besteht dieser Diener des Omnisia? Adamant. Ah, verdammt! Abelard hält sich mit beiden Händen den Kopf, als sein Okularimplantat als sein Okularimplantat in einer Interferenzwelle gestört wird. Verlasst augenblicklich. Ich bin Freihändler 80 von Valantius. Ich will euch nichts Böses. Der Visor des Techpriesters fokussiert deine Kleidung und untersucht die Symbole darauf. Ich identifiziere euch als Mitglied höchster Kreise des Freihändlerhauses von Valantius. Ich erkenne keinen Grund für eine Konfrontation. Spricht er so maschinenmäßig so? Ich identifiziere euch. Keine Ahnung. Das bedrohliche blaugrüne Leuchten im Blick des Techpriesters erlischt. Er senkt den Arm und die Fehlfunktion deiner Ausrüstung endet. Der Konvoi hat den Befehl erhalten, euch zu treffen. Er hat seine Funktionsfähigkeit verloren, daher schlage ich vor, dass wir zu dem Treffpunkt mit den Soldaten des Gouverneurs vorrücken. Der Techpriester starrt resolut gerade aus. Seine Mekadendrit Tentakeln erheben sich anmutig über seine bucklige Gestalt, die von den Flammen der qualmenden Überreste der Maschine erhält wird. Mal eben drüber gehen. Eine tentakelartige Roboter-Gliedmaßen-Prothese, die chirurgisch an der Wirbelsäule befestigt wirkt. Mekadendrit 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 Wer seid ihr? Ne, ja gut, wer seid ihr? Schon irgendwie vorgestellt wurde er noch nicht. Ich identifiziere mich als Margos Pascal Hanoi Mann von der Priesterschaft des Mars. Durch die Gunst des Omnisier bin ich derzeit dem Wartungspersonal der Station Altar Templum Calyxis Ext 17 zugewiesen. So, Altar Templum Calyxis. Das habe ich schon mal gehört. Die Station steht auf dem Sternenkarten des Hauses Orselio im Furibundus-System nicht weit von der leeren Kolonie Footfall entfernt. Achso, Footfall ist gar nicht in diesem System, sondern nur hier in der Koronus-Ausdehnung, glaube ich. Ich habe letztes Mal immer angenommen, dass Footfall eigentlich hier wäre, aber das stimmt gar nicht. Ihr seid weit gereist, um hierher zu gelangen, ehrenwerter Margos. Wie konntet ihr so viel töten und eine heilige Maschine in die Luft jagen, ohne sie überhaupt zu berühren? Das ist ja offensichtlich, er ist ja wohl ein Techpriester. So, warum möchtet ihr den Gouverneur sprechen? Der Techpriester zögert und blickt auf seine Mekadendriten, als würde er sie um Rat fragen. Schließlich antwortet sein VOX-System. Ich bin gekommen, um eine heilige Mission auszuführen. Mein Mentor, Erz Margos Armarnath, hat mich gerufen und ich bin eilig, seinen Ruf gefolgt. Aber die Unruhen verhinderten unser Zusammentreffen und ich war gerade auf dem Weg zu Gouverneur Medine, um den aktuellen Aufenthalt als Hort meines Mentors zu erfragen. Meine Eskorte erhielt von ihrem Commander den Befehl, nicht weiterzuziehen, sondern auf den Zusammenschluss mit eurer Gruppe zu warten. Aufgrund ihrer Inkompetenz haben sie sich dann töten lassen. Eine inakzeptable Verkomplizierung meiner Aufgabe. Sollte die Stimme des Techpriesters irgendein Mitgefühl für die Toten enthalten haben, so war in den kalten Worten aus seinem VOX-System jedenfalls nichts davon zu spüren. Naja, man kann auch schon von der Aussage an sich darauf schließen, dass er da wenig Mitgefühl hatte. Naja. Ich lade euch ein, ihr scheint verletzt zu sein, man wird euch behandeln, ihr müsst eurem Mentor treu ergeben sein, wenn ihr euch für ihn in diesen Wahnsinn stürzt. Wenn wir das mal kleine Fältchen bilden sich um das entblößte Auge des Techpriesters, als würde er unter seiner Atemmaske lächeln. Das Unterbinden von Vitalfunktionen ist ein unvermeidbares Phänomen und daher als solches unbedeutend. Die Doktrin der Anbetung schließt die Angst vor dem Tod aus. Dann verhärtet sich sein Blick und er fügt kryptisch hinzu. Den Worten meines Mentors zufolge gewährt mir der Omnisia den Algorithmus für Erlösung und Triumph in der Erfüllung meiner Pflicht. Ich werde Erlösung finden und triumphieren. Ja, das ist in der Tat kryptisch. So, wie konntet ihr so viele töten? Ich mach's trotzdem. Der Techpriester wendet sich um und starrt entsetzt auf die brennenden Überreste, als hätte er mit allem, was gerade passiert ist, nichts zu tun. Aus seinem Vox ertönt ein Trauergebet. Ich, das war mein Werk? Wie, der ist jetzt überrascht? Okay. Edira hat den Techpriester angestarrt und beißt sich auf die Lippen. Nun lehnt sie sich zu dir und flüstert. Die Stimmen sind merkwürdig, was ihn anbelangt. Sie sagen wirre, widersprüchliche Dinge, als sprechen sie von völlig verschiedenen Personen. Aber er ist keine Bedrohung für euch, auch wenn das nach dem ganzen Feuerwerk schwer zu glauben scheint. Aha, der ist also quasi schizophren vielleicht. Ihr wüsst nicht einmal, wie ihr eine derartige Explosion auslösen konntet? Der Omnisia hat mir eine Offenbarung gewährt. Der Geist dieser Maschine lag im Sterben, doch er wollte einen Dienst erbringen, denn dafür wurde er erschaffen. Ich habe das gespürt und an ihn appelliert. Ich weiß nicht, wie es mir gelungen ist. Ich bin lediglich meiner Intuition gefolgt. Das vom Omnisia gewährte Verständnis war nicht von Dauer. Es hat mich verlassen. Der Techpriester wirkt aufgewühlt. Ich lade euch ein. Ja, wenn ich ihn jetzt einlade, meinem Gefolge sich anzuschließen, dann muss ich ja irgendjemanden nach Hause schicken. So ist es. Ich tendiere dazu, Hekata nach Hause zu schicken. Bestätige. Vermute erfolgreich und beiderseitig vorteilhafte Zusammenarbeit. Der Lupe in. Ja. Ja, ich würde, glaube ich, Hekata nach Hause schicken. Nicht, weil die nicht gut wäre. Die ist, meine ich, jedenfalls gut. Aber das ist die einzige, die, glaube ich, keine Story hat. Einfach, weil es eigentlich ein namenloser NPC ist. Und ich habe dann lieber Leute dabei, die irgendwie auch storymäßig relevant sind. Also geht Hekata nach Hause. Jetzt habe ich aber drei Leute, Pascal, Idira und Kassia, die ich so in alter Fantasy-Manier als Magier oder Kleriker oder sowas einordnen würde. Zwei Kämpfer, Agenta und Pascal und den Bareden der Gruppe. 80. Ja, mal sehen, ob das so funktioniert. Ich muss außerdem den Kollegen Pascal hier mal aufleveln. Ich hatte mir eigentlich überlegt, für künftige Folgen, weil es letztes Mal schon so lange gedauert hat mit dem Leveln, für künftige Folgen das Leveln quasi in einem Cut zu machen und euch dann einfach nur das Ergebnis nochmal zu zeigen, damit ihr meine Gedankengänge nachvollziehen könnt, aber die ewigen Überlegungen, die ich mache, da nicht mit belastet werdet quasi. Ich werde aber jetzt eine Ausnahme von meiner noch gar nicht implementierten neuen Regel machen, indem ich den Kollegen Pascal hier per Hand auflevel, während ihr dabei seid. Einfach deswegen, damit wir gemeinsam mal sehen können, was denn ein Tech-Priester überhaupt macht, kann oder sonst irgendwas. Ich habe zum Beispiel auch noch gar keinen Schimmer davon, ob das zum Beispiel vielleicht ein Nahkämpfer ist und ich habe jetzt den Verdacht, weil er nämlich eine recht hohe Waffenfertigkeit hat. Vielleicht kann er nämlich mit seinem komischen Arm einfach auch zuschlagen. Gibt es irgendeine Möglichkeit zu sehen? Der hat eine Waffe dabei, das bin ich selber. Der hat eine Waffe und zwar eine Omnisia-Axt, eine zweihändige Nahkampfwaffe und hat trotzdem noch ein Lasergewehr in der Hand. Also ich würde den als Nahkämpfer dann spielen irgendwie. Mal sehen. Gucken wir mal kurz in die Eigenschaften, vielleicht hilft das auch noch mal. Entwaffender Angriff, das wird ja wohl irgendwie, das sind die Heldentaten, entwaffender Angriff. Das ist im Grunde genommen ein Agent, also von der Doktrin her ein Agent. Ich hätte jetzt eher so auf Soldat getippt, aber okay. So, alle Waffen in einem riesigen Gebiet erhalten zusätzlich einen Rückstoß wird um die Hälfte. Ich weiß noch gar nicht, was ist der Rückstoß eigentlich noch gleich. Auf Abfall einer Salbe wird die Trefferschance aller Schüsse nach dem ersten um reduzieren. Achso, okay. Also je weniger Rückstoß, desto besser ist auch irgendwie logisch. So, Maschinengeistverbandung reduziert den Schaden, den die Angriffe des Ziels zufügen um 26% für eine Runde. Ziele mit dem Feature Ablehnung des Fleisches erleiden 20 Schockschaden. Feature. Aha. So. Okay, aber von den Dingern her kann man jetzt erstmal nicht davon ausgehen, ist das ein Nahkampftyp oder Ferienkämpfer, aber Waffenfertigkeit spricht eigentlich schon für sich. Okay, alles klar, damit dem Wissen bewaffnet gehen wir jetzt ins Level-Up. Was haben wir hier noch? Irgendwas, was es noch nicht gibt? Tech-Einsatz, klar, macht Sinn. Passives Lernen. In seinem ersten Zug des Kampfes verteilt der Agent zufällig ausnutzen, im Grunde genommen. Okay, dann schauen wir mal. Verfügbares Talent. Dann nehmen wir doch hier die Wahrnehmung das Hilfe fürs Ausweichen im Grunde genommen. Was hat er Wahrnehmung? Nur 30. Das ist aber für ihn empfohlen oder Intelligenz. Das sehe ich ja gar nicht. Er hat eine hohe Intelligenz, gar keine Frage. Und wahrscheinlich wird das bei seinem Tech-Einsatz auch helfen. Ja, Tech-Einsatz-Fertigkeiten. Tech-Einsatz-Fertigkeiten, okay. Dann würde ich sagen, wir versuchen mal Intelligenz und Waffenfertigkeiten nach oben zu pushen. Ich würde aber erstmal Waffenfertigkeiten nehmen, weil ich dann auf eine 60 komme und damit auch wieder einen Bonus mehr habe. Keine Ahnung, ob das alles Sinn macht, aber ich kann den ja jederzeit respecken. So. Ich sage mal, der soll ja nahe kämpfen. Ich fahre erstmal weiter nach unten, ob ich da irgendwelche Spezialdinger sehe. Ja. Feuer der Schmiede und sowas. Ach nee, das sind Fabrikwelten. Das hat also nichts mit seinem Tech-Priester Dasein zu tun. Dann gehen wir doch nochmal nach oben und gucken mal hier Kampfmeister. Nee, Kettenwaffen auch nicht. Duell können. Mehr parieren. Parieren scheint mir gar nicht so blöd zu sein. Mehr Bewegungspunkte scheint mir auch nicht so blöd zu sein, denn er muss ja, wenn er im Nahkampf gehen will, in den Nahkampf gehen will, auch logischerweise gut hinkommen. Und der hat wahrscheinlich ja keinen Anstürmen, so wie Abelard das hat. Was mich aber jetzt interessiert, der hat ja zwei Waffen in der Hand. Zwei Waffen. Kann aber nur eine einsetzen. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, zwei Waffenkampf? Zu, Abzug von minus 20 auf Waffenfertigkeit und Ballistikfertigkeit. Kostet außerdem ein AP mehr. Kann ich jetzt noch nicht ab. Da muss ich mal kämpfen mit, um zu sehen, wie er so, ja, wie es so einfach passt. Okay, dann mache ich, glaube ich, folgendes, um mich erstmal hier so ein bisschen zu orientieren, macht es vielleicht auch Sinn, ihm einfach hier nochmal einfach zusätzliche Intelligenz zu haben, dass ich also in diesem Level quasi nur Eigenschaften erhöhe. Scheint mir jetzt nicht so falsch zu sein, erstmal. Punkt. Mache ich jetzt einfach. So. Flut der Exzellenz. Immer mit Ausnutzen, irgendwas, schwacher Körper, schwache Seele, Schwäche offenlegen, frisches Ziel. Immer mit der Agent fügt er mehr und zwar Wahrnehmungsbonus. Hat er nicht viel. Sofortige Aufdeckung, Schwäche offenlegen, kostet 0 AP. Auch nicht so schlecht, ne? Aber da gucken wir auch nochmal eben, ganz unten, aha, Manipulatorstoß. Manipulator, Mekadendrit, greift Feinde im Nahkampf an, stößt sie bis zu zwei Zellen weit zurück und verursacht Waffenfertigkeit plus Int-Bonus Schaden. Okay. Ist diese plus 5 vielleicht der Bonus eigentlich? Ne, Bonus auf Eigenschaft plus 4, das plus 5 ist durchs Level ab. Okay. Dieser Angriff hat auch noch Wahrnehmungsfähigkeit irgendwie blablabla Rüstungsdurchdringen und zurückstoßen. Aber in der Regel will ich die ja nicht zurückstoßen. Aber, also Scanner Mekadendrit, ein zusätzlicher Servo-Shade, der direkt in das System steigert seine Wahrnehmung um 10. Boah. Scheint mir gar nicht so schlecht zu sein, ne? Während Pascal unter dem Einfluss der Maschinengeist-Kommunion steht, fügen seine Nahkampfangriffe zusätzlich richtig viel und Rüstung. Boah. Was war nochmal gleich die Maschinengeist-Kommunion? Die Maschinengeist-Kommunion. Müssen wir mal gucken. Werkzeugen, Tech-Einsatz und Zerstörung oder aber Tech-Psycho-Kammerz ein Mekadendrit. Entschuldigung, das Wort bringt mich um den Verstand. Kann ich einmal pro Kampf regenerieren? Auch nicht schlecht. Also das ist alles nicht schlecht. Was ich nur jetzt leider gar nicht mehr weiß, ist, sorry, ich muss nochmal gucken, diese Maschinengeist-Kommunion. Kostet 2 AP, hat eine Abklingzeit von 3 Runden und das hält für 1 plus Int-Bonus-Runden. Also im Augenblick 5 Runden. Das selten Kämpfe dauern länger als 5 Runden. Also im Grunde genommen kann der immer unter Maschinengeist-Kommunion stehen. Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Hier hatte ich gerade schon was ausgewählt. Ich hatte mich glaube ich für Intelligenz entschieden. Richtig? Oh Mann, blöd, dass ich das jetzt alles nochmal neu machen muss. Ich trottel. Und hier hatte ich mich glaube ich entschieden für Waffenfähigkeit. Ich glaube, im Liegheit habe ich mich andersrum entschieden, aber das Ergebnis ist das gleiche. Kommunion der Maschinen ist eigentlich immer aktiviert. Und das war wichtig für die Scharmützel-Protokolle glaube ich. Während Pascal ja genau, Maschinen haben zusätzlich richtig viel Zusatzschaden und richtig viel Rüstungsdurchdringung. Das hört sich schon richtig gut an. Das mit dem Heilen hört sich aber auch richtig cool an. Aber ich nehme erstmal die Scharmützel-Protokolle. Also dann ich züchte den jetzt, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich versuche den ja jetzt zum Nahkämpfer auch zu züchten wie Abelard, dass der richtig vorne ordentlich mitmischt. So, hier Intelligenz, Wahrnehmung, Wahrnehmung wäre auch zum Ausweichen ganz vorne stehend natürlich nicht unwichtig, aber ich gehe hier auch nochmal auf die Waffenfähigkeit, denke ich. Wird nämlich auch hier parieren und so weiter. So, was haben wir jetzt? Präzisionsangriff. Den nächsten Angriff gegen ein Ziel, das von Ausnutzen betroffen ist, gilt, dass sich seine Deckungseffizienz uninteressant ist. Das ist für Fernkampf, nehme ich an. Gemeinsame Analyse. Okay, naja, auch nicht so. Perfekte Position in Deckung, das wird bei ihm nicht sein. Der nächste, nicht Flächenangriff, das Agenten, nicht Flächenangriff, eingeschüchtert, eingeschüchtert, ein Schaden, also da kann er die Leute einschüchtern, wenn er keinen Flächenangriff macht, ich weiß gar nicht, kann er Flächenangriff machen, das scheint kein Flächenangriff zu sein, das ist ein Flächenangriff und auch ein recht großer und das ist eine Blutung. Also grundsätzlich hat er Flächenangriffe. Der nächste, nicht Flächenangriff, das Agenten fügt dem ersten Ziel, das von dem Angriff getroffen wird und allen Feinden in seinem Radius fünf Feldern eingeschüchtert zu. So, der von eingeschüchterten Feinden verursachte Schaden wird reduziert um den Wahrnehmungsbonus, also Wahrnehmung muss man vielleicht über kurz oder lang oder ich versuche Wahrnehmung komplett zu umgehen mit den ganzen Skills, die ich hier auswähle. So, der Agent entfernt eine Ausnutzung von jedem Feind in einem Radius von fünf Feldern, bla bla bla, alle Verbündeten erhalten Rüstung bis zum Ende des Kampfes wenn mehr als vier, das ist mir zu kompliziert. Ich mache gemeinsame Analyse, glaube ich. Bis zum nächsten Zug entfernen die Angriffe seiner Verbündeten auch Ausnutzung und verursachen plus Intbonus mehr Schaden. Ich hoffe, sein Intbonus. Alles andere ist so irgendwie, es passt alles nicht so in das, was ich jetzt meine, in dieses Nahkampf Geschichtchen, was ich mir für ihn jetzt so ausgedacht habe, aber so ist es halt. Hier nimmt der Tag-Einsatz, weil er natürlich derjenige ist, der Tag-Einsatz insgesamt levelt, das muss hoch sein. So, hier gibt es wieder die normalen Talente. Ach nee, jetzt kann ich auch hier nochmal nehmen. Oh, das ist gut. Das ist gut. So, Wahrnehmung, nee, wobei das nicht schlecht war. Dieses Zurückstoßen möchte ich nicht. Ich will ja eher klumpen die Gegner, aber diese Wunden einmal pro Kampf zu regenerieren, das hört sich richtig gut an. 6 plus Medikar durch 5, Medikar da 45. Ist schon, ist schon ordentlich auch, ne, ist nicht wenig. Ich nehme das, damit er im Nahkampf auch noch heilen kann. Hört sich cool an. Hört sich cool an. Irgendwie. Können wir ihm hier noch irgendwas geben? Stirbt einfach nicht, wäre auch gut. Stirbt einfach nicht. Damit er einfach auch mehr schwere Rüstung wäre natürlich für ihn auch super. Er hat aber nicht so viel Stärke. Wie viel Stärke hat er denn? 30 nur. Uiuiui, das könnte meine ganze, meine ganze Geschichte so ein bisschen kaputt machen vielleicht. Wenn ich Stärke wird ja wohl auch für Schaden, körperlich Nahkampfschaden. Ja, da müssen wir Stärke jetzt ranzüchten. Das habe ich ja noch gar nicht bedacht. Sicher, natürlich. Okay, ist halt so. Das war's. Okay, keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich weiß nicht. Das müssen wir einfach jetzt ausprobieren. Ich gucke mal eben gerade in meine Ausrüstung rein, ob der irgendwas hat. Er hat hier diese Robe, eine mittelschwere Robe mit 20. Rüstung und Ausweichen Abzug 75. 20 Prozent, jetzt noch im Vergleich, ist das viel oder wenig. Ich habe 25, Abelard hat 30. Also 20 ist wirklich eigentlich wenig. aber die hat hier noch Logik Grundeigenschaft Rüstung Logik durch 10 Prozent Rüstung Logik durch 10 Prozent also hat sie jetzt quasi 5 Prozent Rüstung zweimal Teil Maschinenrang 2 Tech Einsatz Okay Ja, wenn das so ist Voraussetzung darf keine Eigenschaften haben Eigenschaften Ablehnung des Fleisches Probier mal aus Ich habe keine Ahnung Aber hier was ist denn damit Ertragen Ja gut Ertragen hatte nur Abelard aber Abelard hat schon ja einen Umhang Demerweise vielleicht auch Achso Benevolencia Der Jünger wird der andere nicht haben Nehme ich an Pascal Ne hat er nicht Also ist Abelard nach wie vor der Einzige der das hier benutzen kann Dann lassen wir das Okay Ich glaube sonst braucht der auch erst mal nichts Wir müssen gucken was so passiert mit der Omnisia Axt 9 bis 11 35 Prozent Rüstungsdurchdringung Das ist natürlich hart 35 Prozent Rüstungsdurchdringung Ich bin gespannt So Lange Rede kurzer Sinn Wir gucken hier weiter ob es hier nicht doch irgendwie noch weiter geht Von hier sind die gekommen Da kann man aber nicht mehr hin weil die Brücke kaputt ist Das ist okay Hier kann man was untersuchen Eine ganze Prozession von Fracht-Servitoren wurde durch Schusswaffen zerstört und kein einziger von ihnen hat versucht zu fliehen Okay Hier kann man was finden Sehr schön Oh ein Bolter Ein ganz normaler Bolter Okay Sammeln wir alles ein Aber der Bolter Der wäre nur für Agenta was und Agenta hat ja irgendein Spezialbolter Da bringt das alles nichts So was haben wir hier Hier Hören wir uns ins Feuer rein passiert aber nichts Die Prometium Tanks wurden offen zurückgelassen Ein Verstoß gegen das Betriebsritual Jemand hat das Sakrament des Betankens unterbrochen Das Sakrament des Betankens Mann Die Älteren unter euch können sich vielleicht erinnern früher an den Tankstellen Da gab es immer Tankwarte die für einen getankt haben Heute ist das nicht mehr so Die haben das Sakrament des Betankens quasi durchgeführt Fragment Granate Der ist Cloud Granate Cool aber Hekata die Granaten Wie könnt ihr euren Visionen vertrauen Idira Habt ihr keine Angst Die Zukunft die ihr seht könnte nichts als die Einflüsterung Ich glaube das ist nicht die Frage die ihr mir stellen wolltet Die eigentliche Frage war Wie können andere einer verachtenswerten Psyonikerin wie mir vertrauen Findet euch damit ab Schwester Nicht alle sind so verbohrt wie ihr seid Ich muss fast sagen dass die Idira die einzig vernünftige ist so irgendwie Und das soll schon einiges heißen In diesem Zusammenhang So Ich hab die Orientierung verloren Muss ich zugestehen Da oben kann ich noch was plündern Eine Ich fände tatsächlich ein Wenn die Kamera etwas weiter rauszoomen würde Oder aber ich einen Kompass hätte Fände ich nicht schlecht So von da oben bin ich aber gekommen So Von da oben bin ich gekommen Und hier kann man mit einem Aufzug fahren und zwar wahrscheinlich hier drauf Genau Und da hinten gibt es was zu looten Also machen wir das mal Ich mach das mal einfach Mal gucken Oh Es kommt ein Ladenbildchen Ich bin tatsächlich jetzt hier genau wo ich dachte wo ich bin Merkwürdig Aber gut Hier gibt es was zu looten Oh Was ist das denn hier Gucken wir uns auch gleich an Oh Was haben wir hier Ein Sim Skin Aha 25 Rüstung Moment Da müssen wir jetzt leider nochmal gucken Was das so bringt Das ist eine leichte Rüstung Da gucke ich erstmal bei ihm hier Wobei ich mich bei ihm 20% Rüstung Er könnte die auch benutzen 25% Rüstung Grundeigenschaften Rüstung plus 5% Achso Die Eigenschaft der Rüstung ist plus 5% Ausweichen Falls die Beweglichkeit des Trägers höher als 40 ist Das ist bei ihm nicht der Fall Bei ihm schon Dann nimmt er das erstmal Oder Alle anderen Wollen sie Vielleicht Beweglichkeit Nein Hat sie nicht Sie hat Beweglichkeit Sehr Hoch Trägt Aber Eine Mittelschwere Rüstung Edira Steht Auch Hat Aber Keine Beweglichkeit Doch 40 Hat Sie Aber Beweglichkeit Höher Als 40 Heißt Das Es Muss Mindestens 41 sein Ich Weiß Es Nicht Aber Edira Ist Im Zweifel Die 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 Auch Mal Weiter Vorn Rum Läuft Weil Sie Sich In Position Bringen Muss Ich Mach Es Einfach Ich Weiß Nicht Ob Es Was Bringt Aber Ich Mach Es Einfach Mal So Gepanzerter Schutzhandschuh Der Kann Dann Auch So Ist Schon Zur Fracht Quasi Eingestellt Okay Gut Das Kann Jetzt Vielleicht Auch Irgendwo Sehen Ob Diese 5% Bonus Jetzt Einschlägig Also Tatsächlich Wirksam Sind Oder Nicht Aber Ganz Ehrlich Ich Will Nicht Durch Die Dinger Durchklicken Wir Gehen Einfach Mal Weiter Und Können Hier Geschütze Aktivieren Ist das Im Schreien Hier Irgendwas Passiert Alarm Gottlose Verletzung Des Algorithmus Alles Klar Eine Gottlose Verletzung Ist Nicht Irgendeine Verletzung Leute Ist Eine Gottlose Verletzung Wenn Ich Wüsste Wer Da Ist Dann Könnte Ich Ja Gut Gewissens Dinge Aktivieren Aber Ich Das Machen Wir Aktivieren Mal Logik 100% Ist Das Was Für Den Tech Priester Selbstverständlich Zugang Erhalten So Ahja Das Sind Bösewichter Jawohl Oh Das Sind Auch Ganz Viele Bösewichter Aber Hat Er Das Jetzt Schon Gemacht Die Geschütze Aktiviert Man Kann Nicht Mehr Interagieren Also Gehe Ich Davon Aus Ja Er Hat Es Schon Gemacht Wir Fangen Mit Abelard An Abelard Geht So Weit Nach Vorne Wie Es Geht Aber Noch In Deckung 80 80 Hat Nicht So Eine Ganz Große Reichweite Wie Ich Mir Wünschen Würde Ach Hinter Den Geschützen Kann Man Gar Nicht In Deckung Gehen Okay Dann geht Idira Ja Doch Auch Relativ Weit Nach Vorne Agenta Muss Auch In Deckung Sein Einfach Weil Sie Dann Bessere Besser Schießen Kann Das Macht Zwei Keinen Sinn Nicht So Stellen Aber Sie Hat Sonst Nichts So Richtig Und Sie Braucht Sie Muss Wahrscheinlich Auch Nach Vorn Gehen Irgendwie Kassia Muss Auch Nach Vorn Gehen So Und Der Tech Priester Pascal Der Geht Hier Kampf Beginn Ich hoffe Mal Dass Die Geschütztüter Jetzt Auch Richtig Reinhauen In Irgendeiner Art Und Weise Wir Werden Sehen Von Daher Weiß Ich Jetzt Auch Gar Nicht Wie Clever Es Ist Eventuell Nach Vorne Zu Gehen Mit Irgendjemandem Das Weiß Ich Auch Nicht So Genau Aber Es Wäre Natürlich Schon Richtig Richtig Gut Wenn Kassia Hier Diesen Blick Rein Würgen Könnte Schon Wieder Umentschieden Kassia Darf Sich Mal Bewegen Und Geht Doch Mal Hier Achso Das Ist Ja Der Zusatz Zug Am Anfang Da Habe Ich Ja Nur 2 AP Das Heißt Kassia Kann Sich Bewegen Aber Ich Kann Ihr Nicht Noch AP Geben Ach Daran Kann Ich Mich Noch Nicht Gewöhnen Dann Brauche Ich Erst Ein paar Kämpfe Für Agenta ist Richtig Einen Raus So Richtig Hier Schön Mittig Wie Viel Haben Wir Da 1 2 3 4 5 Leute 5 4 Leute 5 Leute Machen Wir So Gib ihm Zack 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 Jawohl Schön Ja Das War Doch Nicht So Übel Möchte Ich Mal Sagen 80 Weißt du was Mach das doch Gleich Nochmal Eigentlich Oder Ne Jetzt Kann Ich Ja Kassia Nochmal Sagen Sie Kann Sich Gerne Bewegen Warum Geht Das Nicht Achso Weil Sie Zu weit Weg Ist Dann Gehen Wir Erst Mal Hier Rum Ne Gehe Noch Weiter Nach Vorn Damit Ich Auf Jeden Fall Auch Noch Alles Machen Kann Was Ich Machen Will So Kassia Geht Hierhin Kann Ich Zumindest Mal Testen Ne Nicht Verfügbar Ich wollte Ja Nur Testen Aber gut Muss ich Mich Jetzt Darauf Verlassen Dass Das Funktioniert So Und Jetzt Gibst Du Nochmal Einmal Hier Extra Aktionspunkte So Und Mit Diesen Aktionspunkten Hau Es Jetzt So Jawohl So Richtig Ein Raus Kann Man Da Hinten Noch Ne Aber So Krass Ja Alles Klar Pentakill You killed Five Enemies With One Attack Alles Klar Krass Ja Die Geschütze Werden Nicht Mehr So Viel Zu Tun Haben Zack So Und 80 Kann Jetzt Noch Mit einem Normalen Schuss Noch Einen Umhauen Hier Den Dicken Da Komm Da Nicht dran Achso Da Komm Da Überall Nicht dran Ist Alles Zu weit Weg Naja Jut Stimme des Kommandos Auf Abelard Zack Krass Achso Hätte ja nur Einer vorne Gehen Können Naja Ahja Oh Alles Klar Die Hauen Aber Es Passiert Viel Bums Aber Doch Da Haben sie Glaub ich Ein Mecke Knallt Hier Sind Nur Die Drei Übrig Was Kann Er Jetzt Machen Er Kann Jetzt Maschinengeist Verbannung Reduziert Okay Das Bringt es Jetzt Nicht Hier Kann Man Erheilen Sehr Gut Gemeinsame Analyse Okay Und Natürlich Die Maschinengeist Kommunion Zehn Zellen Radius Keine Ahnung Wie weit Das Wirkt Aber Nicht weit Genug Glaube Ich Gehe Es Mal Hier Hin Er Kann Aber Tatsächlich Irgendwie Anschein Mit Beiden Waffen Was Irgendwie Agieren Aber Warum auch immer Ist hier Keine Sichtlinie Da kannst du hier nicht nach rechts beugen So wie das die anderen auch immer machen So vielleicht Ne Keine Sichtlinie Also ich weiß nicht Naja gut Ist vielleicht so Dann mach hier nochmal die Maschinengeist Kommunion Achso man kann Kann man das so machen Achso dann stehe ich aber nicht selber unter dem Effekt Ich dachte das wäre ein Effekt Der um ihn herum Quasi aktiv wird Aber ist gar nicht so Ähm Okay gut das Muss man erstmal wissen Ähm Aber das heißt Ich kann hier überhaupt niemanden sehen Von denen Das heißt ich kann auch nicht Äh Ja dann Im Grunde genommen Bist du dann auch irgendwie fertig Ne Was haben wir hier noch Gemeinsame Analyse Ja gut Ausnutzung Haben die ja eh nicht drauf Fertig Ist jetzt halt so Kassia Ist schon wieder dran Okay Da kann sie ja schon wieder ihr Liedlose Starren machen Kann man das auch Geht das Liedlose Starren Das können wir ja austesten Ne Geht das durch Deckung durch Ne geht es nicht Dann geh doch mal hier hin Und kannst du von da aus dann Warum wird das nicht Achso da kann sie gar nicht durchgucken Verstehe Ähm Wie viel halten die denn aus 13 9 13 Dann macht sie doch alle fertig oder Wenn ich jetzt einfach so mache Ja Nicht so ganz Aber ist schon okay Da braucht sie keine Deckung mehr Abelard ist ja auch noch dran Er kann sich vor sich hinstellen Und wird sich erledigt Also die ist ja saumäßig stark Saumäßig stark Muss man wirklich sagen Krass So ich hoffe die Geschütztürmer Aufzuschießen jetzt Okay das war wirklich Das war wirklich krass So Looten natürlich Nicht vergessen Und hier ist auch Sackgasse Aber man kann Zu den Straßen der Hauptstadt So Hier ist alles nur Fracht Aber ist ja okay So Wir haben auch hier nichts mehr So Zu den Straßen der Stadt Möchte ich aber noch nicht Ähm Weil ich glaube Hier kann ich noch Dinge Erkunden Aber hier glaube ich nicht mehr Das ist alles Sieht aus wie Sackgassen Ähm Schauen wir mal Wir gucken erstmal nochmal Gehen hier nochmal zurück Und halten uns hier links Altes Rollenspielgesetz Links halten Wie das ist eine Kiste Die habe ich wahrscheinlich schon geöffnet Ähm So Jetzt habe ich das hier Hier war ich auch gerade eigentlich schon Ja Hier war ich schon Ich weiß nicht warum das noch nicht aufgedeckt war Auf der Karte So Einmal kurz hier rumfahren Ähm Um zu gucken Ob ich hier wirklich alles Auch aufgedeckt habe Hier kann man vielleicht noch irgendwas Genau Hier konnte man noch rausgehen Das war auf der Karte auch schon eingezeichnet Wo geht es hin Steht hier nicht Hä Moment Stehe ich zu nahe dran Mal eben gucken Hier konnte ich doch sagen Zu den Straßen der Hauptstadt Und hier Wissen wir nicht Aha Da wird nichts angezeigt einfach Okay Oder nicht okay Aber So ich hatte irgendwie im Kopf Dass es hier noch weiter geht Das ist aber Jawohl Kann man hier runterfahren Sieht nicht so aus Ich denke mal das wird nur Deko sein quasi Genau Hier geht es nicht weiter Okay Hier geht es zum Anfang zurück Alles klar Also wir haben zwei Möglichkeiten Ähm Wir können entweder zu den Straßen der Hauptstadt Oder hier Irgendwas machen Das sieht aus wie ein Gebäude Einfach nur Ähm Ähm Aber gut Das muss jetzt überhaupt nichts heißen Ich fahre noch mit der Maus drüber Da tut sich nichts Ich gehe davon aus Dieses Gebäude gehört irgendwie noch Ähm Zu dieser Karte hinzu Die ich dann erst komplett aufdecken möchte Bevor ich dann irgendwie die Zone wechsle Das Äh Ist mit Blick auf die Uhr Aber eine Mission Für Die nächste Folge Hat wieder großen Spaß gemacht Der Techpriester Eine super interessante Ergänzung Der Gruppe Ähm Jetzt wird es auch langsam voll Ich bin mal sehr gespannt Wie viele Charaktere noch so Äh Unser Gruppe hinzustoßen werden Ähm Und äh Wie schwer es dann ist Da vielleicht Ähm Eine ja ausgewogene Truppe Zusammenzustellen Keine Ahnung Wir werden sehen Äh Ich finde es auf jeden Fall interessant Kann es sein Dass dieser Auswuchs Ja Dieser Auswuchs hier ist dazugekommen Als ich diese Medizinfähigkeit genommen habe Das sieht aus wie diese grüne Spritzen hier oben Das ist ja cool Dass hier seine Optik auch noch verändert Ach so Und der hat diese Knarre gar nicht in der Hand Sondern die ist an seinem Arm befestigt Ach so Kann man die denn überhaupt austauschen Wenn man das möchte Ja Ja Mhm Und seid beim nächsten Mal auch Wieder dabei Und da bleibt mir jetzt noch Euch einen schönen Tag zu wünschen Gruß Euer 80 Und da bleibt mir jetzt noch